Welche pflanzlichen Lebensmittel haben einen hohen Gehalt an Eisen? Das sind die besten Lebensmittel für Vegetarier und Veganer. Eisen ist ein lebenswichtiger Mineralstoff und ein essentielles Spurenelement. Das bedeutet, dass wir ohne Eisen nicht leben können. Eisen ist wichtig für die Bildung roter Blutkörperchen und den Sauerstofftransport im Körper. Der Mensch kann Eisen aus tierischen Lebensmitteln, das sogenannte Hemmeisen, besser verwerten als Eisen aus Obst und Gemüse, das sogenannte Nicht-Hemmeisen. Warum? Pflanzliches Eisen liegt meist festgebunden und in dreiwertiger Form vor. Damit der Körper es aufnehmen kann, muss es zunächst in eine lösliche Form überführt und zu zweiwertigem Eisen reduziert werden. Das Hemmeisen, was wir in Fleisch, Geflügel und Fisch finden, liegt bereits als zweiwertiges Eisen vor. Im menschlichen Organismus wird es über einen spezifischen Aufnahmeweg im Darm etwa zwei- bis dreimal besser aufgenommen. Frauen benötigen mehr Eisen als Männer. Frauen benötigen täglich etwa 15 Milligramm Eisen. Männer kommen bereits mit 10 Milligramm Eisen pro Tag aus. Schwangere Frauen haben einen deutlich erhöhten Eisenbedarf. Sie benötigen ca. 30 Milligramm Eisen pro Tag. Der erhöhte Eisenbedarf bei Frauen hängt grundsätzlich mit der Menstruation zusammen. Besonders für Vegetarier kann es herausfordernd sein, genügend Eisen über die Nahrung aufzunehmen, da viele gute Eisenquellen tierische Produkte sind. Aber keine Sorge, es gibt auch viele pflanzliche Lebensmittel, die reich an Eisen sind. Als Vegetarier musst du etwas genauer auf deine Ernährung achten. Bei einer ausgewogenen Ernährung sind Vegetarier nicht häufiger von einem Eisenmangel betroffen als Menschen, die Fleisch essen. Was du wissen solltest, ist, dass bestimmte Nahrungsmittel die Eisenaufnahme beeinflussen. Vitamin C-reiche Lebensmittel, wie z.B. Orangen, Paprika oder Brokkoli, können die Eisenaufnahme verbessern. Um die Eisenaufnahme zu verbessern, kann man eisenhaltige Lebensmittel mit Vitamin C-haltigen Obst- und Gemüsesäften kombinieren. Phosphathaltige Lebensmittel, wie z.B. Cola oder Reis hingegen, hemmen die Eisenaufnahme. Auch Tannin, das in Kaffee, Tee oder Rotwein zu finden ist, kann die Eisenaufnahme hemmen. Kommen wir nun zu den Lebensmitteln, die viel Eisen enthalten. Beginnen wir mit Hülsenfrüchten wie Bohnen, Linsen und Kichererbsen. Diese sind nicht nur eine großartige Proteinquelle, sondern auch reich an Eisen. 100 g gekochte Linsen enthält beispielsweise etwa 3,3 mg Eisen, was bereits ein Drittel der empfohlenen Tagesdosis für Männer ausmacht. Eine weitere gute Eisenquelle sind Nüsse und Samen, wie Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne und Mandeln. Pistazien z.B. sind eine wahre Eisenbombe. Sie enthalten 7,3 mg Eisen pro 100 g. Zum Vergleich 100 g Cashewkerne enthalten 6,3 mg Eisen und 100 g Mandeln etwa 4,2 mg Eisen. Auch Haferflocken sind reich an Eisen und können mit den ebenfalls eisenhaltigen Nüssen kombiniert werden, z.B. als Frühstück. 100 g Haferflocken enthalten 4,8 mg Eisen. Eine weitere Quelle für Eisen sind Vollkornprodukte, wie z.B. Quinoa und brauner Reis. Eine Tasse gekochter Quinoa enthält etwa 2,8 mg Eisen. Auch Tofu liefert ebenfalls 2,8 mg Eisen pro 100 g. Spinat ist ebenfalls eine ausgezeichnete pflanzliche Eisenquelle. 100 g gedünsteter Spinat enthält etwa 2,7 mg Eisen. Brokkoli, Feldsalat und Rucola sind ebenfalls gute Eisenlieferanten und enthalten gleichzeitig Vitamin C, das die Eisenaufnahme verbessert. Ein weiteres eisenreiches pflanzliches Lebensmittel ist Grünkohl. Eine Tasse gekochter Grünkohl enthält etwa 1,2 mg Eisen. Das sind einige der besten pflanzlichen Eisenquellen für Vegetarier und Veganer. Wichtig ist, dass du dich abwechslungsreich ernährst und verschiedene Eisenquellen kombinierst, um sicherzustellen, dass du genug Eisen zu dir nimmst. Wenn du Bedenken hast, dass du nicht genug Eisen über deine Ernährung zu dir nimmst, solltest du mit deinem Arzt oder deiner Ärztin sprechen und dich untersuchen lassen. Welche Anzeichen für einen Eisenmangel sprechen, kannst du dir in unserem Video zu diesem Thema anschauen. Das war's für heute. Ich hoffe, dass dir dieses Video geholfen hat und du jetzt einige neue Ideen hast, wie du deine Ernährung mit Eisen bereichern kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like. Wenn du keinen Gesundheitstipp mehr verpassen willst, dann abonniere unseren Kanal. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.